Was für eine Maschine! Die Stossbahn gilt weltweit als technisches Meisterwerk und ist nicht weniger als die steilste Standseilbahn der Welt. Und steil darf man durchaus als Untertreibung verstehen, denn sie schafft eine Rekordsteigung von 110%. Mit ihrer Höchstgeschwindigkeit von 36 kmh transportiert sie bis zu 1500 Passagiere pro Stunde in das autofreie Skidorf Stoss. Angetrieben wird die Stossbahn von zwei starken ABB-Elektromotoren mit jeweils 1000 kW Leistung. Das entspricht in etwa der Leistung von 200 Mittelklassewagen. Eine Entwicklung natürlich made in Switzerland. Die Innovationskraft des Projekts ändert dabei nicht an der Talstation. Sie zieht sich bis in die dazugehörige Parkinfrastruktur. Die installierten High-Performance-Charger sichern nämlich auch hier das elektrische Vorankommen. Die einzigartigen Lösungen rund um die Stossbahn stehen somit beispielhaft für die alpine und alltägliche Mobilität der Zukunft.